Trading mithilfe des gleitenden Durchschnitts Trendänderungen identifiziert werden. Beginnen wir mit der Definition des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt zeigt den durchschnittlichen Kurs eines Vermögenswertes über einen bestimmten Zeitraum hinweg an. Für einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt werden also die Schlusskurse der letzten 20 Tage summiert und dann durch 20 geteilt. Das Ergebnis ist der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 20 Tage. Dieser Kurs wird dann auf dem Chart eingezeichnet. Am nächsten Tag wird diese Berechnung für die letzten 20 Tage erneut ausgeführt. Der Schlusskurs des Vortages wird in die Berechnung aufgenommen, wohingegen der älteste Kurs der 20-tägigen Periode nicht mehr einfließt. Das Ergebnis wird dann wieder auf dem Chart markiert. Die Punkte werden verbunden und bilden eine durchgehende Linie, den gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt einen Tageschart, der für 20 Perioden eingestellt ist. Der gleitende Durchschnitt kann jedoch für jeden beliebigen Zeitraum berechnet werden. So berücksichtigt beispielsweise ein 20-periodiger gleitender Durchschnitt auf einem 1-Stunden-Chart die letzten 20 Perioden mit jeweils einer Stunde. Der gleitende Durchschnitt wird genutzt, um Kursbewegungen geglättet darzustellen. Dadurch können Informationen wie beispielsweise die aktuelle Trendrichtung und die Stärke des Trends leichter interpretiert werden. Falls der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und die Kurve nach oben zeigt, befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend. Je steiler die Kurve und je größer der Abstand zwischen Kurs und gleitendem Durchschnitt, umso stärker der Trend. Falls der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und die Kurve nach unten zeigt, befindet sich der Kurs in einem Abwärtstrend. Je steiler die Kurve und je größer der Abstand zwischen Kurs und gleitendem Durchschnitt, umso stärker der Trend. Es gibt keine festen Regeln über die Anzahl von Perioden zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts. Jede Option hat jedoch gewisse Vor- und Nachteile. Ein gleitender Durchschnitt für einen kürzeren Zeitraum von z.B. 10 oder 20 Perioden reagiert schneller auf Änderungen des Marktsentiments, die Signale sind allerdings nicht sehr verlässlich. Dahingegen ist ein gleitender Durchschnitt für einen längeren Zeitraum von beispielsweise 50 oder 200 Perioden wesentlich verlässlicher. Er reagiert allerdings auch nur sehr langsam auf Kursveränderungen. Du kannst den gleitenden Durchschnitt mit deiner Charting-Software auf beliebige Zeiträume einstellen. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt für 10 Perioden liegt näher am Kurs und liefert mehr Signale, allerdings auch mehr falsche Signale. Der mittelfristige gleitende Durchschnitt für 20 Perioden ist glatter und zeigt weniger Trading-Chancen an. Der langfristige gleitende Durchschnitt für 50 Perioden ist am verlässlichsten. Er reagiert auf Kursänderungen allerdings viel langsamer. Wenn du den Trend mit Hilfe eines gleitenden Durchschnitts ermittelst, dann musst du die eingestellte Periodenanzahl berücksichtigen. Der Trend steht im Verhältnis zu den eingestellten Perioden. Auf dem Chart siehst du einen gleitenden Durchschnitt für 20 Perioden und einen weiteren für 200 Perioden. Der gleitende Durchschnitt für 20 Perioden zeigt bereits einen Aufwärtstrend an, weil die Signale schneller generiert werden und bei gleitenden Durchschnitten mit nur wenigen Perioden schon kleinere Änderungen der Kursbewegung zu Richtungsänderungen der Kurve führen. Der gleitende Durchschnitt für 200 Perioden hingegen zeigt weiterhin einen Abwärtstrend an, da er seine Signale langsamer generiert und seine Richtung auf längerfristigen Kursbewegungen beruht. Du kannst mehrere gleitende Durchschnitte gleichzeitig nutzen, um die Trendrichtung festzustellen. Auf dem Chart sind drei gleitende Durchschnitte eingezeichnet, einer für 10, einer für 20 und einer für 50 Perioden. Wenn kein eindeutiger Trend vorliegt, dann liegen die gleitenden Durchschnitte nahe beieinander und überlagern sich zum Teil, wie links oben auf dem Chart zu sehen ist. Danach bildet sich ein Abwärtstrend heraus. Die gleitenden Durchschnitte beginnen parallel und in Reihenfolge der Perioden zu verlaufen, wie weiter rechts auf dem Chart zu sehen ist. Der gleitende Durchschnitt für 10 Perioden liegt dem Kurs am nächsten, gefolgt von dem für 20 Perioden und dem für 50 Perioden. Auf diese Weise lässt sich ein bestehender Trend bestätigen. Es gibt vier verschiedene Arten gleitender Durchschnitte, bei denen die Kursstände jeweils auf etwas andere Art berechnet werden. Beim einfachen gleitenden Durchschnitt wird beispielsweise der Schlusskurs jeder Periode gleichgewichtet. Bei anderen Arten werden neuere Datenpunkte stärker gewichtet. Dies ist der Fall beim exponentiellen gleitenden Durchschnitt, dem linear gewichteten gleitenden Durchschnitt und dem geglätteten gleitenden Durchschnitt. Der gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand genutzt werden. Diese Abbildung zeigt einen gleitenden Durchschnitt, der als Unterstützung genutzt wird. In einem Aufwärtstrend kannst du eine Longposition platzieren, sobald der Kurs die Kurve des gleitenden Durchschnitts berührt, da diese als Unterstützung fungiert. Den Stop-Loss solltest du unter dem gleitenden Durchschnitt setzen. Dieses Beispiel zeigt, wie ein gleitender Durchschnitt als Widerstand fungiert. In einem Abwärtstrend kannst du deine Shortposition eröffnen, sobald der Kurs die Kurve des gleitenden Durchschnitts erreicht, da diese als Widerstand fungiert. Deinen Stop-Loss solltest du über dem gleitenden Durchschnitt setzen. Du kannst auch mehrere gleitende Durchschnitte gleichzeitig nutzen, um Trendänderungen zu erkennen. Dabei musst du auf die Crossovers, also die Überschneidungen der gleitenden Durchschnitte, achten. Du kannst zu diesem Zweck die gleitenden Durchschnitte für zwei verschiedene Zeiträume betrachten, beispielsweise einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt für 10 Perioden und einen anderen gleitenden Durchschnitt für 20 Perioden. Du musst nach der Stelle suchen, an der sich beide Linien überkreuzen. Wenn die Kurve für den kürzeren Zeitraum die Kurve des gleitenden Durchschnitts für den längeren Zeitraum nach unten kreuzt, deutet das auf einen beginnenden Abwärtstrend hin. Wenn die Kurve für den kürzeren Zeitraum die Kurve des gleitenden Durchschnitts für den längeren Zeitraum nach oben kreuzt, ist das ein Hinweis auf einen beginnenden Aufwärtstrend. Das hast du bis jetzt gelernt. Der gleitende Durchschnitt ist der durchschnittliche Kurs eines Assets während eines bestimmten Zeitraums. Der gleitende Durchschnitt kann genutzt werden, um einen Trend zu ermitteln und zu beurteilen, wie stark der Trend ist. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, von denen jede etwas anders berechnet wird. Ein viele Perioden umfassender gleitender Durchschnitt liefert zwar sehr verlässliche Signale, reagiert jedoch langsamer auf Trendänderungen als ein nur wenige Perioden umfassender gleitender Durchschnitt. Gleitende Durchschnitte können als Unterstützung oder Widerstand genutzt werden, um Ein- oder Ausstiegspunkte zu bestimmen. Du kannst mehrere gleitende Durchschnitte nutzen, um einen bereits bestehenden Trend zu bestätigen, oder um mithilfe der Crossovers einen neuen Trend zu ermitteln. ? ? ? ? ? ?